Es kann sich das Hinspiel mit dem jetzigen Spiel nicht vergleichen. Beide Mannschaften haben sich weiterentwickelt. Wir haben in den letzten Spielen einige Gegentore zu viel bekommen. Denn im internationalen Spiel werden die Fehler extrem bestraft. Und das nur, was ich sagen kann, ist, dass wir nicht auf den Platz bringen, aber vor allem defensiv sicherzustehen.